heute auf der suche nach ronaldo und messi ronaldo und messi in der world to fifa world cup katar 22 serie und das ganze sind wir in 80 karten in kann man auch sagen in 20 euro oder in zehn packs zehn packs auf der suche nach ronaldo und messi wenn ihr bock habt die road to fifa world cup katar 2022 serie selber mal auszuschicken selber zu sammeln oder sonst was könnt ihr sehr gerne den panini online shop ausschicken der ist nämlich unten in der video beschreibung verlinkt und ja zehn packs ich habe bock 10 packs road to katar und wir kriegen hoffentlich kriegen wir messi und ronaldo hoffentlich kriegen wir die beiden messi hatte ich ja schon mal als top master glaube ich gezogen sogar messi hatte ich glaube ich sogar schon mal als top master und das ist ein geiler pull gewesen und vielleicht wiederholen wir das ganze heute vielleicht wiederholen wir das ganze die starten mit gary medel dann haben wir maripan und claudio bravo power trio von schiele dann haben wir harry maguire als titan von den engländern marco verrati das waren die zwei power karten kaspar dolberg rafa war an moiskin sergio ramos und eric pulga aus schiele erstes pack leider nichts danach was wir suchen so albin ektal fans favorite zielinski luiz homo maripan cardona cr7 christiano ronaldo okay reicht da werde ich ja ganz heißer hier christiano ronaldo am start hier christiano ronaldo am start bing bong Und ich glaube, den habe ich jetzt zum ersten Mal gezogen. CR7 am Start, sehr geil. Luis Diaz und Pierre-Emil Heuberg noch aus Dänemark. So, dann haben wir Julian Baumgartlinger, David Alaba, das ist irgendwie ein cooles Bild, wo er die Hände hier so macht. Das ist die Gamechanger-Karte von David Alaba. Rame Sterling, Donnarumma, Zewa Schlager, Ulmer, Harry Kane und Baumgartner, Rising Star aus Österreich. Jetzt fehlt nur noch Messi. Ronaldo, wir haben schon mal 50% abgehakt heute. 50% haben wir abgehakt, wenn jetzt noch Messi kommt, drehe ich durch. Pepe Fans favorite, Salcedo, Titan, Julian Draxler, Gabriel Jesus, Afif, Torreira, Alchib und Meneses aus Chile. So, ich mache mal hier den Stapel einmal gerade, ansonsten drehe ich durch. Kappa, Kappa, Klaus, Nikolaus, nein Spaß, der innere Monk kommt durch hier. Mein innerer Monk ist jetzt zufriedengestellt. Mein innerer Monk ist jetzt zufriedengestellt. Und Abfahrt. Haben wir Jose Jiménez, Ficuli, Ben Lammery, Jerry Mina, Alhaidos, Ilkay Gündogan, Danilo und Jules Koundé, Rising Star Frankreich. Das waren die ersten 5. Die ersten 5 Packs sind rausgeballert. Und wir haben Messi. Wir haben Messi. Messi und Ronaldo am Start. Auf der Suche nach Ronaldo und Messi und wir ziehen beide in 10 Packs. Wir ziehen beide in 10 Packs. Klar, das ist jetzt die Trio-Karte, aber es ist Messi. Es ist Messi. Messi und Ronaldo. Let's go, Alter. Let's go. So, Cianan, Shaqiri, Romero, Tayrat, Cancelo, Herrera, Zuber und Uribe. Und, nein, es ist mega, 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 geil-O-Matico. 4 Packs sind noch am Start. Vielleicht ziehen wir ja noch die Messi-Base-Karte. Dann würde es noch geiler sein. Irgendwie, dann haben wir halt Messi und Ronaldo auf einer Karte so. Jordi Alba. Also, wir machen weiter. Wir werden das Video jetzt hier nicht beenden. Huch, der kommt da oben hin. Budiaf. Dann, Antoine Griezmann, Muslera, Martinez, Giroud, Damsgaard und Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Drei noch. Drei haben wir noch. Tobi Alderwareit. Oh, Topmaster auch noch hinterher. Was geht denn heute hier ab? Da habe ich mich fast verschluckt hier. Topmaster Virgil van Dijk. Junge, 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 Junge. Wir haben zwar keine Topmaster gesucht, aber Topmaster ist auch immer geil. Braimi. Ruben Diaz. Memphis Depay. Dani Olmo. Matze Ginter. Und Owen Weindahl aus den Niederlanden. Wilma Barrios. Wilma Barrios. Chiroi Mobyle. Dragovic. Thiago Silva. Unai Simon. Äh, Brereton. Frank, äh, Franky De Jong sage ich schon. Luke De Jong. Und Islam Slimani aus Algerien. Letztes Pack. Letztes Pack. Und das kriegen wir. Robin Gosens. Mason Mount. Robert Lewandowski. Harry Maguire. Douglas Luis. Czernan Shaqiri. Oh, Argentini. Ich habe die ganze Zeit so blau gesehen. Und deshalb, ich habe gedacht, Messi kommt nochmal. Aber wir haben beide gezogen, Jungs. Wir haben beide gezogen. Und das ist sehr, 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 sehr geil. Ronaldo und Messi. Beide am Start. Zehn Packs. Zack. Hier noch einmal ganz vom Nahen. Sehr, sehr, sehr geil. CR7 Messi auf der Suche nach beiden. Und auf der Suche nach beiden. Haben wir beide gewunden. CR7 nach drei Packs oder so. Messi nach sechs Packs. Sieben Packs. Was war das? Auf jeden Fall haben wir beide am Start. Können wir einen Haken hinter machen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und kommentiert gerne mit Vorschlägen. Auf der Suche nach den und denen. Nach das, das. Mach dies, das. Mach, such Bundesliga-Spieler. Oder, oder, oder. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Kommentiert es gerne in den Kommentaren dann. Und dann bin ich jetzt hier an dieser Stelle raus. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Musik Musik